Na gut, also ich muss ja auch noch ein bisschen Nebenmissionen Geschlossen, 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 geschlossen Geschlossen, geschlossen, geschlossen So, der Beobachter im Hintergrund, Schuss im Dunkeln Und die Gewaltakte immer noch Und der Identitätsstahl Ja, wie gesagt, also ich hatte ja gesagt Ich würde ganz gerne mal Dorthin Verdammt, was ist hier nur los? Dass ich da noch gar nicht war Ich glaube, du hast noch nicht ganz verstanden, was unsere Abmachung beinhaltet Du solltest eigentlich derjenige sein, der alles tut, was ich will Das Letzte, was ich gebrauchen kann, ist irgendein hässlicher Penner, der zu mir kommt Und mir erzählt, dass er verdroschen worden ist Ich habe hier einen Ruf zu verlieren Was? Es ist Batman! Wo du aussteckst, Batman, das hier ist noch nicht vorbei Komm zu glauben, dass du mich gerettet hast Ich wollte uns alle umlegen, zum Glück ist der Tod nie Es ist die blöde Fledermaus Es ist die blöde Fledermaus Und ich dachte, das ist die blöde Fledermaus Ich dachte gerade, der hätte nur einen Arm Der Arme So, Moment Erstmal habe ich hier Kampf Was gibt es denn da noch, was ich nicht benutze? Gezielter Free Flow Ich erinnere mich noch an die Zeit, als hier noch keine Mauer stand Ach Gott, jetzt sind auch die Kameras alle eingetragen Das ist interessant Batman, ich habe erneut das Geräuschmuster von Deadshot's Scharfschützengewehr innerhalb von Arkham City geortet Ich habe anhand des Einschlagsgeräuschs diese Position triangulieren können Wenn Deadshot wieder getötet hat, wird sich das Opfer in dieser Gegend befinden War auch nicht besser Äh, da Hab ich einen Hunger? Wo ist nur das ganze Essen geblieben? Ich habe die Irre seit damals in der Anstalt nicht mehr gesehen Das macht ja nichts Oh, warte mal, da vorne ist irgendwo eine Kamera Ach, ja, da Man spürt, wie alles den Bach runtergeht Hier ist der Penner Keine Ahnung, Mann, er war schon hier, als ich ankam Irgendjemand wusste, wer es ist Woher willst du das wissen? In diesem Drechsloch liegen überall tote Leute rum Das war eine Hinrichtung, eine Kugel in den Kopf Perfekter Schuss Wirklich? Was ist so besonders an diesem Typ? Ich kann mit Sicherheit sagen, dass ein Mörder längst weg ist Leute, die so gut schießen, warten für gewöhnlich nicht, bis man sie erwischt Wir sollten hierbleiben Ist der sicherste Ort Hm Joa Vorsicht, Batman ist hier Was ist doch der sicherste Ort? Ich werde meinen Atem City beerdigen Du hattest recht Das ist Batman Hümmel Hümmel Vor Han Uff ancing Ich weiß, dass du für Riddler arbeitest. Bitte, bitte tu mir nichts. Ich sag dir alles, was du wissen willst. War mir ein Vergnügen. Mir nicht. So. Ein drittes Opfer. Anscheinend hat er sich hinter diesem Auto verschlägt, als er getötet wurde. Wie hat Deadshot das gemacht? Ich habe eine Verbindung zwischen den Opfern von Deadshot gefunden. Gut, er hat wieder getötet. Wir müssen ihn stoppen. Die ersten beiden arbeiteten für Strange. Das erste Opfer war ein Spezialist auf dem Gebiet der Funkübertragung. Er arbeitete am Kommunikationssystem mit Trunk. Und das andere? Über das Projekt, an dem er arbeitet, konnte ich keine Informationen finden. Und falls dir das allein nicht schon verdächtig genug ist, er hat vorher beim Militär an neuen Waffensystemen geforscht. Deadshot macht für Strange die Drecksarbeit. Ich versuche rauszufinden, von wo geschossen wurde. Vielleicht gibt es dort Spuren. Gute Arbeit, Barbara. Danke. Danke. Mann. Wie dumm war das denn? Oh wei. Äh. Die Kugel ist hier eingeschlagen. Ich hab's doch gesagt! Es ist Batman! Schnappt ihn! Ich töte dich, Batman! Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Äh. Jetzt hab ich aber die Schnauze voll hier. Ich will auch mal vor. So hat er es gemacht. Deadshot hat den Schuss von dem Rolltor abprallen lassen. Alter, der ist gut. Die Kugel ist geschafft, den Krempel aus dem Tresorraum von Strange zu klauen. Äh. Ja. Ja. Geht das wieder los? Was ist denn nun mit dem Schuss? Jetzt. Blackgate. Neues Gefängnis. Nach all dem, was hier passiert ist, wird doch keiner so blöd sein und ein Gefängnis bauen. Um treffen zu können, musste Deadshot sich auf den Boden legen. Seine Körperwärme hat dort den Schnee schmelzen lassen. Na, na, na guter Dank. Wir haben ihn, Oracle. Ich habe relativ seltene Kunststoffpartikel isoliert und danach verschiedene Gegenstände identifiziert, bei deren Bau sie Verwendung finden. Natürlich. Aha. Wenn ich mir die Möglichkeiten so ansehe, hast du dich sicher für die Stromnetzunterwerke entschieden. Stimmt's? Ganz genau. Wenn man dazu noch die Orte in Betracht zieht, an denen man definitiv auch die Metallpartikel des zweiten Tatorts finden würde, bleiben... Drei Positionen. Du hast es geschafft. Du wirst diesen miesen Drecksack tatsächlich schnappen. Hab die Karte markiert. Ich halte dich auf dem Laufenden. Drei Orte. Ich werde Deadshot nur finden, wenn ich jede einzelne Position überprüfe, die seinem forensischen Profil entspricht. Äh. Die seinem forensischen... Okay. Suche nach drei... Nach den drei möglichen Positionen, nach Hinweisen, die zu Deadshot führen. Okay. Die Flampe von Catwoman hat die ganze Beute. Wieso hat mir keiner davon erzählt? Geht ihr nicht dann? Das ist viel schöner, wenn doch keine Hubschrauber mehr sind. Die auf uns schießen. Ja, das stimmt. Die Hubschrauber haben mich auch schon wieder ein bisschen genervt. Das sind meine verdammten Kippen. Hatte ich nicht gesagt, dass du mir welche holen sollst? Was ist passiert? Ich konnte keine finden. Bitte. Er ist hier. Wo willst du denn hin? Okay. Wieder mal den Riddler abwarten. Aber das ist okay. So mache ich den auf jeden Fall als letztes. Erst fertig. Oha, der hat mich voll geschossen. Sag du die Rente, Batman! Da steckst du nicht dahinter, du kleiner Sack. Das ist ja einfach. Ich will Informationen über den Riddler. Ich tue nur das, was ihr befiehlt. Ich werde dir alles sagen. Vielen Dank. Hilfe! Halt! Hilfe! Wo denn? Ach da. Ja, geh mal. Hilf mir! In diesem Bereich befindet sich ein Umspannwerk. Es könnte das sein, das Deadshot benutzt hat. Vielen Dank. Ich werde einen Ort suchen, an dem mich diese Tiere nicht finden. Ach, weißt du was, ich gebe dir jetzt erstmal Deadshot zu. Das war nicht das Umspannwerk, das Deadshot benutzt hat. Das war nicht das Umspannwerk, das Deadshot benutzt hat. Das könnte das Umspannwerk sein, das Deadshot benutzt hat. Das ist wohl auch nicht. Das könnte das Umspannwerk sein, nachdem ich suche. Vielleicht. Nein. Es ist leer. Es ist leer. Das Deadshot ist nie hier gewesen. Toll. Da hinten ist grundsätzlich nichts. Erstmal. Deswegen gehe ich erstmal dahin, weil das ist bestimmt auch mehr. Bring die uns wohl als nächstes hin. Da bist du ja, Batman. Komm hier rüber. Batman ist hier. Zu spät. Bin schon weg. Wir sind überall Kameras. Sie können alles sehen, was passiert. Aber es interessiert Sie gar nicht. Moment. Was? Echt? Sind hier noch Kameras? Oh toll, hier komme ich doch nicht lang. Oh Mann. Spürt, wie es hier von Minute zu Minute schlimmer wird. Ja. Oh nein, die haben wir los. Egal, was du draußen gemacht hast. Hier drin gehörst du mir. Und wenn ich mit dir fertig bin, wirst du mich anfliehen, dich kalt zu machen. Oh Gott, bitte. Tu das nicht. Nein, mach doch. Alles klar bei dir? Vielen Dank. Kein Ding. Kein Ding. Was für ein Dreck. Was für ein Dreck. Jupp. Eigentlich mal erklärt, was genau die Insel war. In diesem Bereich liegt eines der Umspannwerke, das mit Deadshot in Verbindung steht. Ich sollte weitere Nachforschungen anstellen. Das war nicht das Umspannwerk, das Deadshot benutzt hat. Das könnte das Umspannwerk sein, das Deadshot benutzt hat. Ja, natürlich, klar. Nein. Nein. Verdammte Spoiler. Nichts. Nichts. Der Deadshot ist nie hier gewesen. Mann ist das kalt. Vorsicht, die Fledermaus. Vorsicht, die Fledermaus. Die Fledermaus. Wie ich es mir schon dachte, hier ist also nichts. Tja. Ne? Höhte sich ja irgendwie so an. Ne? Studentenrum's. Ich weiß nicht. Ich zeige nicht. ing. Vielen Dank.